Hallo und willkommen hier zu einem Deckprofil von den Magierdeckten, was ich habe. Als erstes natürlich dreimal Astrograph Zauberer, ziemlich gut, man braucht ihn natürlich für Sarg und wenn eine Karte zerstört ist, kann man ihn rufen als Spezialbeschock von der Hand und dann eine von diesen Karten, sobald es ein Magierpendel ist oder ein Bendermonster oder sowas, kann man es, oder ein Monster darf sich von Deck wieder in die Hand nehmen oder von Exadeck. Dann natürlich dreimal Doppelirismagier, wenn der zerstört ist, dann kann man sich eine Pendelgrafkarte von seinem Deck hinzufügen, eine sehr gute Sucherkarte und der Pendel-Effekt ist einfach nur, man kann einen Fizzenismus von Typex erwählen und es macht den Doppelkampfschaden. Dann noch dreimal Lila Toxinmagier, Lila Toxinmagier ist, wenn der zerstört wird, dann darf ich eine offene Karte auf dem Spielfeld wählen zerstören und sein Effekt ist auch noch, wenn ein Typ Hexer angreift, bekommt er 1200 Angriff dazu. Natürlich ist immer der Pendel-Effekt so bei den Magiern, dass sie dann sich selber zerstören würden. Dann noch dreimal Schwarzzahn-Magier, deren Effekt ist, wenn er zerstört ist, darf ich ein Finsternis, hätten wir uns sofort eine Hexe in meinem Friedhof wählen und als Spezialbeschwören beschwören. Ja, das und sein Pendel-Effekt ist, man darf ein gierisches Monster, ein offenes Monster wählen, das den Gegner kontrolliert und die Artikel werden gleich seiner Hälfte seiner derzeitigen Artikel und das muss ich selber wieder zerstören. Dann zweimal Weißflügel-Magierin, Weißflügel-Magierin ist, der Pendel-Effekt ist, dass, wenn ein Typ ein Finsternis Monster von Hexer als Zielgebild wird, kann ich den Effekt annullieren und diese Karte dann eben zerstören, ja, so wie die anderen. Und der normale, also der, das Monster-Effekt ist, falls sie als Pendelbeschwörung beschworen wird, dann wird sie verbannt, wenn sie als Jüngbruchbeschwörung, also als Material dafür genutzt wird. Und der Doppel-Effekt magier wird gleichzeitig als Pendeldrache bezeichnet, Lidertoxen-Magier wird als Fusionstrache bezeichnet und Schwarzzahn-Magier wird als Exit-Drache behandelt, so wie Weißflügel-Magierin als Synchro-Drache. Diese alle sind dafür notwendig, um Sarg dann zu beschwören, also nehme ich mit Astro-Kraft-Zauberer, darf man ihn und die anderen Karten entweder vom Spielfeld oder vom Friedhof aus dem Spiel entfernen und dann Sarg beschwören. Gut, das waren mal die Magier-Karten, dann wären noch mehr Magier, aber natürlich nicht mehr für Sarg. Dann zweimal Weißer-Taugen-Magier, man kann ihn, wenn er ein Pendel-Zone ist, auf den Friedhof legen und anstatt ihm ein anderes Magier-Pendel-Monster hin platzieren. Ja, und sein Monster-Effekt wird eigentlich nicht wirklich benutzt, man kann ihn abwerfen und dann den Pendel-Bereich von einem Pendel-Monster wieder so zu ändern, falls sich sein Grund-Pendel-Bereich unterscheidet, aber es benutzt eh keiner. Ja, gut, dann zweimal Hammer-Sierender-Magier, die ist ziemlich gut, wenn die als Pendel-Bereichung beschwören wird, darf ich einen Magier-Monster von meinem Friedhof, äh, nicht von meinem Friedhof, von meinem Deck, als Spezial-Bereichung beschwören, einen Verteidigungs-Modus und seine Effekte werden annulliert und falls es das Spielfeld verlässt, wird es leider verbannt. Deswegen immer damit gleich ein Exit-Material machen, dann löst sozusagen der Effekt auf. Und ja, ich meine, das ist ein Instant-Rank-4-Monster, wir kommen auch noch gleich dazu. Dann noch zweimal buntäugiger Pendeldrache für die Feld-Zauber-Karte dann noch und man kann auch noch Möglichkeiten machen, ein Rang-7-Monster zu beschwören. Ich meine, Astro-Kraft-Zauber ist auch Rang-7, also das, äh, Stufe-7, also das geht schon. Dann noch zweimal Künstler-Kumpel-Schädel-Kobalt-Klauen. Einfach null Suche. Man kann einfach einen Künstler-Kumpel-Magier oder rundäugigen Monster suchen. Ziemlich gut. Dann zweimal noch Erz in der Welt der Exzentrik. Einfach um Zauber- oder Monsterkarten zu zerstören. Und dann noch die letzten zwei Monster, Nebeltal-Goldadler, um Effekte zu annullieren. Und in jede Runde einfach dann nochmal zu beschwören, weil man wählt einfach ein Nebeltal-Monster aus, schickt es in die Hand und annulliert einen Effekt. Ziemlich gute Karte hier drinnen, weil man hat einfach immer einen guten Pendel-Bereich und Pendel-Skala. So, dann kommen wir noch zu den Zauberkarten. Dreimal Pendel-Ruf. Eine Karte abwerfen, zwei Magier-Monstern, zwei Magier-Pendel-Monster von meinem Deck in meiner Hand. Und meine Pendel-Skalen können nicht zerstört werden. Also die in der Pendel-Zone liegenden Monstern können bis zu Ende des nächsten, bis zu Ende des Zuges vom Gegner nicht zerstört werden. Ziemlich gute Kombo, weil ja die ganzen Magier-Monstern sich selber zerstören würden und Pendel-Ruf. Nur das dann eben. Dann noch zweimal Stern-Pendel-Graf mit Iris-Magier suchbar. Und ja, immer wenn ein Magier-Pendel-Monster von meiner Pendel-Zone oder von meiner Monster-Zone, Main-Monster-Zone, das Spielfeld verlässt, darf ich ein anderes Magier-Pendel-Monster von meinem Deck in meine Hand hinzufügen. Dann noch Himmels-Iris, ganz klar, einfach nur eine auf eine Karte von mir zerstören und man darf sich ein buntergekünstler-Kumpel... Achso nein, man kann sich dann ein buntergekünstler-Kumpel vom Entdecken hinzufügen. Und Magier-Künstler-Kumpel und buntergekarten in meiner Pendel-Zone können nicht als Ziel gewählt werden. Landformen, ganz klar, für Himmels-Iris zu suchen. Dann einmal Duellanten, allerdings, ich habe nicht mehr davon leider. Und ja, falls ich eine Karte in meiner Pendel-Zone liegen habe, kann ich meinen Pendel-Pendel-Monster oder Pendel-Zauber-Dorf-An-Karte von meinem Deck hinzufügen in meiner Hand. Und ich kann es nur einmal aktivieren, klar. Dann noch einmal bunteugige Fusion. Bunteugige Fusion ist einfach, falls ich keine Monster habe, denke ich ja schon, kann ich einen Fusionsmonster beschwören und Monster von meinem Extra-Deck auch benutzen. Das ist sehr gut. Später dazu dann noch. Dann noch Instant-Fusion, da kommen wir auch noch später dazu. Ich darf einfach einen Monster der Stufe 5 oder Nidika als Spezialversammlung beschwören. Magier-Wissen vielleicht schon, was dann kommt, aber erst später dazu, wie gesagt. So, die Zauberkarten weg. Und dann noch zu den Fallkarten. Ich habe nur dreimal Zeitpendel-Graft drinnen. Natürlich kann man eines weniger machen und eine andere reingeben. Zum Beispiel ernste Warnung oder feierlicher Schlag oder sowas. Ich finde es dreimal gut, weil der Gegner kann sie leicht zerstören. Und sie sind sehr gut in der Kombination mit den anderen Karten, wie Pendelruf und dann noch ein Exit-Monster. Und zwar der Effekt ist, ich kann ein Monster von mir wählen. Also ein Monster von Typ Hexer, was ich kontrolliere. Also nein, warte. Mein Gegner kann zuerst mal Typ Hexer-Monster nicht mit kleinen Karten als Ziel wählen. Das habe ich da ganz vergessen. Bei Sternpendel-Graft, da kann er sie nämlich nicht für Zauberkarten als Ziel wählen. Und der Effekt ist auch noch, ich kann den Effekt dann nur einmal aktivieren, wo ich spiele, ist sehr klar. Und ich kann eine Magier-Pendel-Monster-Karte in meiner Monster-Pendelzone und eine Karte, die den Gegner kontrolliert, wählen und sie zerstören. Dann, falls dieser Effekt nicht zwei Karten zerstört hat, kannst du eine Karte vom Spielfeld auf den Friedhof legen. Es zielt nicht an. Das ist sehr gut, weil ich wähle einen Magier-Monster von mir. In meiner Pendelskala oder Monsterzone würde es zerstören. Durch Pendelruf würde es aber nicht zerstören. Wähle aber noch eine andere Karte von meinem Gegner, zerstöre das. So, dann hat man der Gegner eine Karte weniger. Meine Karte bleibt, dann kommt der zweite Effekt. Weil wenn nicht alle beide zerstört werden, kann ich eine Karte vom Gegner auf den Friedhof legen. Somit verliert der Gegner gleich schon mal zwei Karten und ich überhaupt nichts. Und kann das jede Runde einsetzen. Also ich meine, das ist schon sehr gut. Nun zu den Extra-Deck-Monster-Karten. Zeitstern-Magier. Der Effekt, also man braucht zwei Magier-Pendelmonster der Stufe hier für ihn. Dann ist der Effekt, man kann ein Material entfernen und ein Monster von Typ Hexa von meinem Deck in meine Hand holen. Und falls ein Pendelmonster zerstört werden würde, kann ich stattdessen ein Monster von Typ Hexa von meinem Deck auf dem Friedhof legen. Also ich kann die ganzen Magier-Karten, die wir sich für Sarg brauchen, auf dem Friedhof legen damit. Und gleichzeitig auch noch ein Material davon. Also das ist eine sehr schnelle Kombination, um die ganzen Magier in den Friedhof zu bekommen. Problematisch ist natürlich, wenn der Gegner sieht dann aus dem Spiel entfernt. Gut, das wäre mal das. Natürlich Oberstarkönig Sarg. Weil ohne den sind die Magier ein bisschen nicht schwach. Sie sind sehr, sehr gut ohne Sarg. Aber Sarg ist natürlich seine Trumpfkarte. Er zerstört alle Karten, wenn er beschwert wird vom Gegner. Dann kann er nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Und er kann sie nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Und, ja gut, der nächste, der andere Teil des Effekts kann ich hier nicht aktivieren. Weil dann bräuchte ich dann die obersten Königdrachen. Die Pendelmonster, beziehungsweise die Tore, habe ich aber hier nicht drinnen. Ich wollte ja nur ein Magierdeck machen. Wenn aber die zerstört ist, kann ich sie in meinen Pendelbereich reinlegen. Und da ist der Effekt, dass die Effekte von Fusion Synchron X-Monster, die das den Gegner kontrolliert können, nicht aktiviert werden. Und einmal pro Spielzeug, wenn der Gegner seiner Hand eine oder mehr Karten von seinem Deck hinzufügt, außer wer in seiner Trophäe ist, oder der Damage-Step, ich kann diese Karten zerstören. Sehr gut eigentlich. Und er hat 4000 Angriffen, 4000 Verteidigung, das ist sehr gut. Weil selbst wenn er in der Verteidigung ist, hat er noch immer die große Durchschlagkraft. Nicht mal ein Chaos Max Drache kann ihm da irgendwas antun, wenn er in der Verteidigung ist. Pendelskala 1 natürlich. Ja, man könnte ihn auch eigentlich mit Spiegel-Sachen fusionieren. Weil er braucht vier Monster von Typ Drache, ein Fusions-Synchro, Exit und ein Pendel-Monster. Gut, dann haben wir noch Oberster König Drache, Hungergift. Da ist die Kombination dann sehr gut, später dazu noch, mit Instant Fusion. Aber das Monster kommt erst. Der Effekt von dem ist, er kann als Spezialbeschwerung beschwört werden, indem man einfach nur zwei finsternes Pendel-Monster von einem Spielfeld auf dem Friedhof, also als Reboot anbietet, kann man ihn auch als Spezialbeschwerung beschwören. Oder man macht ihn als normale Fusionsbeschwerung. Dann kann er einen Effekt kopieren, entweder in einen Friedhof, egal welchen Friedhof, oder auf dem Spielfeld. Dieser Effekt ist natürlich sehr nützlich für dann die kommende Karte. Ich zeige sie lieber jetzt schon. Lyrik, Gliedervogel, unabhängige Nachtigall. Man kann sie mit Instant Fusion beschwören. Wenn die auf dem Friedhof ist, macht das nichts, indem man ihn ganz schnell rausbekommt. Und einfach nur zwei finsternes Pendel-Monster-Karten, die sind fast alle. Dann passt das schon. Einfach sehen seinen Effekt, kopieren. Er hat Stufe 8, also 4000 Schaden mal durch den Effekt von dem. Dann macht er auch noch durchschlagenden Kampfschaden, das habe ich auch noch nicht gesagt. Bekommt dann natürlich 500 Angriffe für jede Stufe noch dazu. Sind es 4000, dann hat er 7800 Angriff. 7800 greift an, direkt durchschlagender Kampfschaden. Man kann nicht, ist unabhängig von Karten-Effekten. Und macht natürlich den Sack dann zu. Gut, dann hatten wir noch zweimal Oberster König, der Ache finstere Rebellion. Ist einfach nur ein Rang 4 Exil-Monster, was zwei finsternes Pendel-Monster braucht. Und ich kann den Effekt aktivieren, indem ich einmal pro Spielzug vor der Schaden veröffentlichen, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Bis zum Ende des Spielzugs endet die Artikel des offenen Angriffe Monsters deines Gegners zu Null. Und falls du dies tust, erhält diese Karte Artikel in Höhe der Grundartikel des Monsters deines Gegners. Und während der Battle Phase, okay, das ist schon wieder der unnötige Effekt. Das mit dem ganzen Obersten König, Drachen und so weiter. Auf jeden Fall einmal real weg. Er bekommt einen ATK-Boost, bis zum geht nicht mehr. Falls er sogar noch überlebt, dann nächste Runde dann nochmal. Und dann, ja, einfach zum Darüberrennen ist der natürlich sehr gut. Dann haben wir auch noch Oberster König, Drache, Glasflügel. Der Glasflügel ist echt, wenn der als Zirkobeschwung beschwendet, zerstöre alle offenen Monster, die den Gegner kontrolliert. Und einmal pro Spielzug vor der Schadensberechnung, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Du kannst das Monster zerstören und falls du dies tust, füge den Gegner Schaden, höre der Grundartikel des zerstörten Monsters zu. Auch gut. Er zerstört einfach durch einen Angriff und er zerstört schon, wenn er einfach beschwören wird. Dann haben wir natürlich auch noch buntäugiger Wirbeldrache. Ist sehr leicht mit der Fusion zu beschwören, natürlich. Dann haben wir ebenfalls, also er kann, wenn er beschwören wird, dann ein Monster von Gegner auf die Hand zurückschicken. Und er kann Effekte annulieren, indem ich einfach offene Pendelmonsterkarten von meinem Extradeck in mein Deck zurückmische. Und das einmal um Spielzug natürlich. Dann buntäugiger Absolutrache, ein Rang 7 Exidmonster, braucht zwei Monster der Stufe 7. Wenn er angreift, kann ich den Angriff annulieren, indem ich ein Material weggebe. Und falls ich das tue, kann ich ein buntäugiger Monster von meinem Friedhof als Spezialbeschirm beschwören. Und falls diese als Exidbeschwörende Karte das Spielfeld verlässt, glaube ich, oder auf den Friedhof gelegt wird, kann ich ein buntäugiger Monster als Spezialbeschirm von meinem Extradeck beschwören. Außer ich natürlich. Und was beschwört man natürlich? Buntäugiger Wirbeldrache. Um gleichzeitig eine Karte von Gegnern in die Hand zu schicken und Effekte zu annulieren. Dann einfach so, falls für andere Decks ziemlich gut ist, Psy-Hüllenlord Omega. Kann man ganz leicht beschwören. Er ist Stufe 8 des Synchromonster. Wir haben hier der Harmonisierende Magier und das Weißflügelmagier sind Empfängermonster der Stufe 4. Können ihn ganz leicht beschwören. Außerdem Psy-Hüllenlord kann man ihn aus dem Spiel entfernen. Und eine zufällige Hand deines Gegens ebenfalls bis zur nächsten Stand-by-Phase verbannen. Und ich kann eine verbande Karte wählen und auf meinen Friedhof zurücklegen. Und falls sie sich auf dem Friedhof befindet, kann ich eine andere Karte im Friedhof wählen. Mische ich sowohl diese Karte als auch die andere Karte vom Friedhof ins Deck zurück. Einfach ein Recycling. Außerdem, falls der in der Linkzone ist. Ich setze seinen Effekt ein, wird er verbannt. Er kommt wieder zurück, aber nicht in die Linkzone, sondern in die Mainmonsterzone. Somit habe ich wieder eine Linkzone frei. Und ich habe meinen Hüllenlord noch. Und dann noch, da habe ich schon eine Linkzone besprechen, habe ich hier noch Topologik Bomberdrache. Er braucht einfach nur zwei Effektmonster. Zumindest sein, 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 was soll ich denn sagen, sein Rezept oder wie man das auch jetzt nennt. Und insgesamt braucht er halt vier, entweder vier Link-Dinger oder vier Monster oder wie auch die. Und ja, er ist einfach drin. Man kann ihn schon beschwören. Er bietet euch dann drei Linkzeiger wieder für Pendelbeschwörung. Auch wieder gut, einfach zu drei Monster herholen. Und mit 3000 Angriff. Natürlich, und wenn ein Monster als Spezialmenschung beschwören wird, zerstöre alle Monster in der Mainmonsterzone. Zusätzlich können deine anderen Monster für den Rest des Spielzeugen nicht angreifen. Ja, und falls diese Karte ein Monster des Gegners angegriffen hat, füge den Gegner Schaden in Höhe der Grundart des Monsters zu. Ist auch noch so ein letzter Ausweg. Und natürlich auch noch zweimal Dikotiersprecher. Zwei Effektmonster braucht er als Link drei. Also drei braucht er mindestens hier in diesem Deck. Er bekommt 500 ATK für jedes Monster, das auf sie zeigt. Und falls der Gegner eine Karte oder Effekt aktiviert, kann ich eine Karte, die ich kontrolliere, also die in seiner gezeigten Zone ist, als Rout anbieten. Da oben glaube ich nicht, darf ich da. Und die Aktivierung annulieren und die Karte zerstören. Ja, das war's eigentlich. Die größte Kombination in dem Deck ist eigentlich nur wirklich hier. Das ist so ein Instant-Win-Condition. Natürlich brauchst du Instant-Fusion am Anfang. Obersterkönigstag ist das Ziel von diesem Deck. Darauf abhälst du hin. Die ist die Karte, die du gleich in der ersten Runde meistens beschwörst, um jede Menge Karten in der Hand zu haben. Dann ist natürlich der Zeitpendelgraf eben mit der Kombination mit Pendelruf natürlich eine sehr zerstörerische Kombination oder Sternzeilenmagier mit Zeitpendelgraf. Nebel der Goldart war einfach nicht zur Annullierung, wie schon gesagt. Das ist die Beschwörungskarte, die einfach keine Linkzone mehr braucht. Man kann jetzt das oben hin in die Linkzone und unten ein anderes und hat schon ein Exitmonster. Ist natürlich in der ersten Runde auch sehr gut. Da der ebenfalls zerstörerische Effekt der Suche und der die Unterstützungskarte eigentlich, die wir auch Srak zur Hilfe breitet. Dann als Seite könnte man natürlich oder man könnte andere Karten auch noch ins Extra-Deck reingeben. Zum Beispiel Zinster. Er ist in jedem Pendelmonster-Deck sehr gut spielbar und er ist ein Stufe 18-Monster auch sehr leicht beschwörbar. Natürlich könnte man ein Seiten-Bundäuge-Fusion oder Hunger-Gefusions-Sache ist aber nicht so gut. Tölpertracht mit Magier. Man kann ihn reingeben. Stufe 6. Man kann ein offenes Magiermonster von Extra-Deck wieder die Hand zurücksplashen. Ja, geht, aber ich finde ihn nicht so gut. Da drinnen. Dann, was man gut hier integrieren kann, ist ein Maskenwechsel 2, weil die Magier finsterlich sind und maskiert erhält dunkles Gesetz. Falls der Gegner wirklich sehr Friedhof-basierend spielt, kann man ihn da auch noch reingeben. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, es ist sehr stark. Falls Verbesserungsvorschläge da sind, natürlich sagt es mir einfach nur, schreibt es in den Kommentaren und sagt, was noch so kommen kann, was ich für Decks zeigen soll. Ich habe natürlich jede Menge andere auf anderen basierten Karten. Und ja, einfach da reinschauen, auch vielleicht reinschreiben. Vielleicht werde ich jetzt mehr über ein Deck-Profil machen. Ich habe auch noch vor, ein Vorsteck zu machen. Natürlich fehlt da noch ein Masterboy. Ja, einfach einen Kommentar verschraben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.